Hallo, ich bin Claudia, wir waren gerade bei Credence und es war richtig, richtig gut. Ich bin Michael, es war eine super Party, ich habe selten so abgefeiert wie heute. It's a big party tonight. Super, ganz große Klasse. Credence again, Kuba, das Konzert war richtig geil. Mein Name ist Chris and I enjoyed this evening, this was beautiful. Mein Name ist Jutta, auch ich war total begeistert, also wirklich toll mitgemacht, Schöne Musik, wunderbar. Ich bin Joachim, ich habe hier die Show von Credence again in Stade gesehen, ich finde das große Klasse, weiter so. Hallo, ich bin Hanna und das Konzert war super. Credence again, ja, und eine wirklich super, super Show kann man nur empfehlen, wirklich nur empfehlen. So was super, kann man nicht sagen. Und vor allen Dingen, die machen Stimmung. Alle vier machen richtig Stimmung, das kann man nie anders sagen. Hallo, mein Name ist Malvina und das Konzert war richtig geil. Nochmal das Laie. Also wir waren das dritte Mal hier bei Credence again auf einem Konzert. Das erste Mal in Uelzen, das zweite Mal in Schwerin und das dritte Mal hier in Stade. Super Konzert, super. Mein Name ist Doris und es hat mich erinnert an früher. Es war so gut, es hat den Nerv getroffen, war wunderbar. Mein Name ist Peter, ich habe gerade Credence again gesehen, hat mich sehr ans Original erinnert und ich bin eigentlich mit einem guten und fantastischen Gefühl nach Hause. Danke. Ich bin seit ewigen Zeiten schon CCR-Fan und es war einfach geil. Tolle Musik, ich mag wieder so richtig schwitzen und toben und den Original, fast den Original-Sound zu hören. Mein Name ist André und das war eine affengeile Show, muss ich mal sagen. Hat mich an meine Jugend so ein bisschen erinnert oder ganz schön viel, würde ich mal sagen. Geht hin, Leute, kauft die CDs, ich weiß nicht was alles. Affengeil. Dankeschön. Geht hin, Leute, kauft die CDs. Ich bin seitdem, ich bin seitdem, ich bin seitdem, ich bin seitdem, ich bin seitdem. Untertitelung des ZDF, 2020